Wo sind die denn? Die sind doch ein Standard-Dingens. Warum bin ich nicht vorne gespawnt? Sag mir das doch. Hier, Opfer, dringst die seiner Lüge. Ah, wir müssen hier breachen, Dennis. Ah, das war einer. Ah, das war's mit dem breachen. Ah, Marvin! Bitte stirbt von ihm, bitte! Ah, Sami wird auch echt oft gepickt, mittlerweile. Ja, machen Sie hier 90 irgendwie voll die... Was ist das denn? Warum macht der das gebraeit? Ach, die wollen den Pixel-Dings machen, ja. Matthias, ich konnte der Pixel nicht richtig halten. Ist das der gleiche, wie die gerade gemacht haben? Ja, aber ich hab die da weggegeben. Okay, dann mach doch gleich das Red noch mal. Wo sind die überhaupt? Die hängen hier oben im Ecke. Kannst du eine Nate reintossen oder so? Warte, warte, warte. Was, ihr, was, wie spielt ihr? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Die liegt da doch jetzt einfach nur. Die liegt da doch, man siehst du doch rechts. Da, ne? Ja. Hast du auch Nates? Ja. Hast du auch Nates? Ja. Hä? Häh? 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 Was ist denn dann? Einer da oben auf dem Vierer abhängt. Die ist bei mir jetzt hier. Habe sie. Das ist so ne Kupfer, Elo. Wirklich. Das ist so ne unangenehme Elo. Die hat doch was neues aufgebaut. Die halten nur irgendwelche Pixel, Enkel, Mann. Hinter dir, hinter dir. Puh. Kommt, kommt, kommt. Ach, Bro. Brü heißt das. Er war schon da. Das ist sehr unangenehm gerade. Das haben wir ja nicht überhaupt gehört gehabt. Nein. Ah, Sami ist aber 90. Liegt da. Rechts ist einer. Ja, ich hab die gehört, wie die liegt. Kommt jetzt erst? Ja. Hier ist auch einer bei B, Marvin. Hier eigentlich am B-Bombe ist einer. Zug rechts. Wir machen den Sack jetzt zu. Ich stelle mich hier hin. Jetzt kommt mir die Overse um die Ecke mit dem Schild wieder. So wie die letzten drei Runden. Marvin, darfst du nicht so hier? Ja. Kannst du jetzt rüber, wer? Kann ich gar nicht. Ich ziehe den Bart. Ein Bart, ein Bart, ein Bart. Oh, ich war offen. Er trägt nicht. Einer rechts oder links. What? Marvin, der sieht dich nicht. Und noch einer Bart. Hallo, der ist close. Weiß ich noch nicht. I kill you off pink. Die sind beide. Okay, let's kill you off pink. Nein. Ist die da draußen? Ja? Sehr schön. Du hast ihm den Headshot gegeben. Du hast ihm den Headshot gegeben. Ui. Wie stehen wir denn? Wie stehen wir denn? Wie stehen wir denn? Na los. Zum Glück, Junge. Äh, Yellow unten. Junge, ich kann nix. Ich hab auch gar keinen Aim gerade, ja. Lost wirklich. Das sind halt zwei Capcans. Das brauche ich nicht abaim. Wenn die durchkommt, hab ich die eh geholt. Bin ja ein bisschen im Arsch. Danke für die Capcan. Wusste, dass die mein Leben noch rettet. Oh. Einmal gegönnt, Alter. Ah, super. Unset. Unset, unset, unset. Schön. Oh, sehr schön. Oh, sehr schön. Schön, dass wir auch den Flankwatches haben, Mann. Ich hab keinen. Ich hab keinen. Den hab ich gedownt. Oder getötet. Es ist hinter der Bombe. Oh, rechts sofort. Geteamed damage. Hinten dem B. Du kannst planten gehen, Rotog. Du kannst planten gehen. Ich komm vom Büch nach vorne. Wo ist der Typ? Joa. Oh, guck mal. Guck, wo ich das Ziel 4 abfliegen sehen jetzt. Hä? Der lag da irgendwo. Kommt der denn nicht? Der hat mich gewollwinkt. G-G-G-G-Links getroffen. Wer ist? Ich glaub, Mensch, der ist immer noch. Mensch, ist was das? Oh, mein Gott. Ganz kurz. Auf, Mensch, das unten. Oh. Der sollte jetzt A sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich versuch's. Was soll ich machen? In deiner Hand. Dein Ubrank. Das ist nicht sein erstes, dass ich ein S gesehen hab. Das ist nicht sein erstes, dass ich ein S gesehen hab. Ich hab Scheiße in meinem Gesicht. Der Emerald-Spieler, Junge. Oh, mein Gott. Good one. Hallo, YouTube. Hallo, Twitch. Ich hab Scheiße in meinem Gesicht. Guck mal, meine D... Oh. Kack. Nicht rausziehen, nicht rausziehen. Ich muss es kurz genießen. Jawoll, Junge. Cool. Ich bekomm 31 plus Punkte. So, nicht anders. Ich weiß nicht. Die Banner along, der. Oh. Sind die bangable die Dinger? Weiß ich nicht. Komm. Ist es gedroppt. Ist es gedroppt? Dann hat die verkackt. Zum Rett. Schön Marvel. Ist die hier extra drüber gewoltet? Ja. Das war ihr Todes-Otel. Von unten. Mach von unten. Mach von unten. Mach von unten. Schieß, 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 schieß. Warte, warte. Sag mir, wann du machst. Sag mir, wann du machst. Drei, zwei, eins. Jetzt dran. Oh, fast, Junge. Das wäre, das wäre richtig süß gewesen. Warte, die Mucke ausmachen. Warte, die Mucke ausmachen. Wir können planten. Ich hab die Planter nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Halt rein. Warum lag der da? Der lag da einfach. Der hat niemals einmal kapiert. Oh mein Gott. Magasami-Spieler nicht, Junge. Und, hey, Reds, der ist. Reds, 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 der ist. Oh. Oh. Wir haben Punch-Holz. Was ist das? Können wir Asami ab jetzt bannen? Links. Oder unten. Ich hab eine Freezer gesehen. Ich will nicht mehr gegen Asami spielen, Mann. Gelegt. Ja. Rechts. Ja, irgendwo rechts Steps waren. Ich glaub nicht die Stairs, aber irgendwo war da was. Ja, ich kann nichts machen. Die haben einfach Asami-Wände und dann warten die dahinter und haben die ehligsten Winkel auf. Sorry, aber ab jetzt banne ich Asami jede Runde. Ja. Ja, Asami und Oza ist top. An dieser Wand war sie mittig oben. Da, genau wo der Pfeiler ist. Hinterm Pfeiler. Ja, ja. Hinterm Pfeiler. Ich werd' die ja nicht kriegen. Ja, was sollen wir machen? Ich werd' nur durch den gescannt. Ja, ich weiß nicht. Was sollen wir machen? Du musst es versuchen. Oder so. Links. Ja. Boah, Asami ist ja sowas von scheiße, Digga. Ja. 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 Ja.